Hey da, net und YouTube! Bottle Nights! Wir haben im Stream ein bisschen gefarmt. Fucking Eisenbarren, Jesus Christ! Eisenerz, die Hölle! Heute machen wir uns eine schöne Barbarenrüstung, ich denke mal, warum nicht? Aber ich brauche noch einmal Fell. Und Fell, Fell bekommen wir, das war hier. Hier, im blassen Tal. Verschneit, Zeit für Schneemann bauen. Weihnachten, blasses Tal. Das ist die falsche Taste. Hier kriegen wir auch ein bisschen Seide. Aber wir brauchen diesen komischen Typen. Und das wäre ganz nett, wenn der auftaucht. Hallo! Komischer Typ! Ich glaube hier, ja, hier ist er, hier ist er, der Typ, ja. Kumpel! Kupongo! Kupongo! Ja, so heißt er sogar. Das war keine Beleidigung. Wow! Okay, Fell. Perfekt. Ich habe im Übrigen auch eine Heilung 2 hier. Warte, 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 warte. Okay. Das war... Okay, perfekt. Neue Rüstung. Der letzte Titel war Neue Rüstung. Ja, aber jetzt ziehe ich sie an, okay? Jetzt ziehe ich sie an. Kann ich bitte umdrehen, während ich mich umziehe? Hier ist mein Altar, nämlich. Altar haben wir. Was ist denn hier? Gib mir dein Ei. Okay. Und dieser Altar... Da macht einen Feuerball. Was mich nicht interessiert, Frostmine. Hier haben wir Heilung 1, Heilung 2. Toben klingt auch nicht schlecht. Stößt an den Schrei aus, der den verursachten Schaden für 10 Sekunden um 20% erhöht. Aber gut. Ich hoffe, ich habe weniger Heiltränke. Das ist der Sinn. So. Wir könnten zwar die Räuber-Ding machen. Aber wir gehen ja nach dem Aussehen. Residenz gegen Nahkampfschaden. Wir machen hier Barbarenhelm. Plus 100 Leben. Seht euch das an. Sieht gefährlich aus. Das kostet alles Eisen bauen und Fell. Okay. Ein Helm. Gib ihn mir. Bumst ihn. Mein Inventar ist voll. Hat sich ausgebumst. Jesus Christ. Oh. Mother Truck. Was lege ich weg? Okay. Hier sind die ganzen Kristalldinger hier. Wartet. Okay. Einfach hier reinschieben. Das habe ich auch mittlerweile gelernt. Dankeschön. Hier die Eier kann ich reinlegen. Hier habe ich die Säckchen für den... Okay. Obwohl, die brauche ich jetzt, die Getränke, um... Ding wieder herzustellen, aber hey. So. Viking-Eilm. Leben plus 50. Leben plus 100. Und Rüstung 100. Das ist schon mal ein kleiner Unterschied, würde ich behaupten. Okay, das war Schritt 1. Dauert noch ein paar Schritte. Panzerhandschuhe plus 100 Leben. Barbaren Brustschutz. Lebenskraft. 5% Chance. 50 Leben zu regenerieren, nachdem ein Feind besiegt worden ist. Ja, wir nehmen trotzdem die... Komplette hier mal. Und Barbaren-Beinschienen. Plus 15% gegen Nahkampfschaden. Okay. Okay, good. Oh, und was wollte ich noch? Vitaler Ring des Eises. 12% gegen Eisschaden. Plus 100 Leben. Eingehender Heilungsmultiplikator. Ritterhelm ist auch nett. Zauberschaden. 1% Chance. Ja. Kritische Ring des Feuers. Das ist Feuerschaden. Plus 30% kritischer Trefferschaden. 10% Trefferschance. Das klingt aber eigentlich besser, oder? Kritischer Trefferschaden. Kritische Trefferschance. Und das hat er. Heilung und Leben. Ich nehm das hier. Critical Hits. Ich steh drauf. Weitläuferüstung. Weg. Oh, sexy. Beinschienen. Tauschen wir aus. Baba. 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 Kritische Trefferschance. Ah, hier ist der Ring. Und wir haben den Ring. Perfekt. Sieht gut aus. Er sieht gefährlich aus. Bis er kommt. Gut. Der Schnauze passt nicht ganz dazu. Wie sehen wir aus? Oh, ich seh gut aus. Mit dem Helm. Es geht nur ums Aussehen. Kravuzzi, Krapuzzi. Wo hab ich eigentlich... Okay. Für die nächsten Upgrades brauchen wir Goldbarren. Gold hab ich noch nicht entdeckt bis jetzt. Ähm. Oh, eiserne Jägerarmbrust. Wir brauchen ja auch eine neue Waffe. Starke Eis... Also das hat... Die Armbrust 138 plus 6% Ausweichchance. Oder... Eisenbogen 117 plus 40% kritischer Trefferschance. Ah, fuck. Ja, wenn er sitzt, dann tut's weh, ne? Aber die Qualität 15. 117 und 138. Okay, ich brauch ein bisschen Holz und Seide. Wo hatte ich eigentlich den Umhang bekommen? Wo hatte ich eigentlich einen Umhang? Kultisten. Okay. Hochmagier. Und das ist die Frage. Okay. Ausweichchance ist gar nicht so schlecht. Okay. Holz und Seide. Und dann sind wir wohl pleite. Oh, okay. Wo ist's? Kannst du sagen, finde ich mich hier zurecht? Hab ich keine Seide, sag' ich mal? Ich hab doch... Baumwollstoff? Seidenstoff. What? Ist das jetzt ein Witz? Okay, Waldlauf... Warte mal. Heißt mal hier... Egal? Seidenstoff. Aber ich hab nicht die normale Seide, oder was? Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Jesus Christ, seine Seidenstoff. Oh, kann ich den zerlegen? Ach, nö. Okay, für das Upgrade fällt uns auch noch was. Adios, Holz. Ach so, okay, wir müssen nochmal ins Schneegebiet. Nochmal ins Schneegebiet. Ein bisschen Seide holen, okay. Ist, äh, no problema. Also, ein little bit problema. Ich habe nur eine zweite Reihe an Herzen, das ist sexy. Seide, Setzling. Nope. Seide, perfect, okay. Gib mir den ganzen Stuff. Seide, Seide. Und hier sind eine Menge Setzlinge. Ja, eine Erde haue ich. Okay. Okay, das sollte eigentlich reichen. Seide. Gibt es hier zum Futtern. Okay, haben wir, oder? Ich glaube, wir haben es geschafft. Hey, Kumpel. Lass mich hier ein bisschen töten. Kein einziger kritischer Ding, oder? Ich glaube, ich habe das noch nie gesehen. Kritische Treffer. Frost. Okay, gelbe Dingsbumsfragmente ist auch. Wir sind hier bei königlichem Wissen. Erhöht die vom besiegten Gegnern erhalten. Erfahrung, 30%. Erhöht Stärke um 25%. Das, äh, nächstes Level. Wird wohl sexy werden. Schätze ich. Hoffe ich. Muss. Muss, muss, muss. Ich bin ein Barbar und ich werde alle töten, denn töten, das macht Spaß. Sorry, was? Ist zwar Qualität 15, aber war es 9. 6 habe ich? Ach, jeez. Hey, ich habe 6. Habe ich nicht. So. Also, schon. Also. Wenn man es auch mit einer Person zählt. So, wieder macht es sein. Es ist zwar ein bisschen mehr Schaden, aber ich, 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 ich hoffe einfach auf die Werkbank 3. Sorry. Falscher Dings. Ich muss, ich muss halt in irgendwas investieren, was mir... Da ist er. Da ist er. Was mir mehr... Oh, yeah. Ich brauche die Chance, richtig? Ich habe hier nirgends was mit Treffer Chance. Es ist 4%, habe ich nur. Also, 14%. Also, 14%. Da muss ich noch irgendwas anderes bekommen, was mir, was die Chance erhöht. Und das ist so meine Theorie, wisst ihr? Und dann... Und gehen wir mal... Okay, grüne Portalsteine... Gibt uns Dinger. Brauche ich auch. Schuppen. Brauche ich die noch? Vielleicht. Vielleicht. Ein Baumwoll. Okay. Vielleicht sollte ich die Stoffe auch irgendwo hinpacken. Hier, ich hau mal die ganzen... Okay, das ist zwar kein Stoff an sich, aber... Okay, hier haben wir noch ein Säckchen. Das hau ich hier rein. Ich bin so... So ordentlich, hm? Ich weiß. Okay, hier geht es nicht weiter. Hier gibt es kein Portal mehr. Was haben wir hier? Hier brauche ich ein Portal. Hier ist ein Boss. Hier ist ein Boss. Hier gibt es zwei Portale, die ich nicht... gefunden habe ich ja noch. Hier ist ein Portal. Hier geht es auch weiter. Was ist das? Tetrotoxi. Eisenherz und Kohle. Marodes Moor. Eisenherz und Kohle. Vielleicht finden wir ein Portal. Ich glaube, wir brauchen schon die Grünen. Es grünt zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Okay, das sieht auch aus. Jetzt werden wir hier... Okay, hier gibt es auch... Okay. Eisenherz. Das, was wir so verzweifelt gesucht haben, gibt es auch hier. Das ist mir echt ein bisschen zu grün. Okay. Oh, oh, oh. Da unten leuchtet was. Schattenkrieger des Nebels. Komm her. Warte. Ja, so trifft man nix. Au, what? What the fuck? Kriege ich hier gerade geschenkt, oder was? Wow. Wow, wow, wow. Wartet, wartet. Jungs, 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 Jungs. Jungs, wir können darüber reden. Hab gelogen. Ich will nicht darüber reden. Ich will euch ab und zu töten. Wo bin ich denn? Ich bin eingesperrt. No! Oh, mein Gott. Ein Rohr. Krönendes Maragd. Okay. Aber das Erste, das wollte ich euch nur sagen, ich hatte absolut keine Panik. Das ist eine Lüge. Ein Gartenpilz. Dankeschön dafür. Wenn irgendjemand ein Ding sieht, soll er schreien, okay? Ein Portal. Das wäre ganz nett. Toll, jetzt habe ich die Rüstung und werfe es drauf. Hier ist ein Portal. Ich wusste es. Gelb? Okay. Ich hasse dieses daneben. Okay, gib mir den sweet, sweet stuff. Okay, grün. Grün, grün, grün. Okay, wir brauchen gelb. Ah, yes. Fünf. Fünf. So. Perfekt. We did it! Das führt uns jetzt zu 17. Und eins führt uns dann noch hier hin. Oh, und 17 geht es nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier noch eines finden. Oh, ich sehe es ganz da oben, oder was? Das wäre witzig. Überhaupt nicht. Niemand würde lachen. Hier ist er leuchtet. Hier unten ist auch irgendein. Oh mein Gott, hier gibt es so viele. Ey, das ist ja eine... Das ist eine fiese... Oh, Jesus Christ. Das ist eine fiese Welt. Okay, es sieht so aus, wenn hier unterhalb was wäre, oder? Vielleicht ist es auch nur eine Falle. Ihr glaubst, ich arbeite mich hier noch... Oh mein Gott, das sieht mir zu gefährlich aus. Ich könnte mich aber einfach hier nach unten buddeln. Okay, hier geht es definitiv... Ich kann mich hier nicht... Oh, ne, 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 ne. Das ist fucking risky. Grün. Oh, wahrscheinlich ist es... Oh, das ist fies. Das sieht nicht gut aus. Nobody. Ich will nicht sagen, dass ich Angst hätte, weil das ein bisschen riskant ist. Ich will nur sagen, was ich damit sagen will, YouTube. Angst und Risiko im Verhältnis proportional berechnet zum Bruttoinlandsprodukt. Okay. Ist das da ganz unter mir ein Portal? Und es ist nur so blöd gebaut. Was kann ich denn dafür brauchen? Äh, ne, hier hin. Für Grüne brauche ich vier. Okay, das Problem ist, ich habe definitiv zu wenig... Irgendein allem, was es benötigt. Ist das da genau unter mir? Doch, das ist das Portal. Irgendwas glitzert hier. Das ist das Portal. Ich schätze gelb. Warum finde ich dann Grüne? Oh, fuck. Gibt es Fallschaden? Habe ich noch immer nicht festgestellt. Ich meine, wir könnten einfach hier runterspringen. Was kostet die... Was kostet die Welt? Uiiii! Es gibt keinen Fallschaden. Haha! Das wusste ich. Ich habe genug Erfahrung, um zu wissen. Ich brauche gelbe. Shit. Und ich habe nur eins. Ich habe nur eins. Das ist aber kein Eisen jetzt, doch. Oha! Nicht runterfallen! Das ist doch vollkommen bescheuert. Ne, das war nur einfach... Das ist nur eine blöde Zierde! Okay, wir haben ein kleines Problem. Okay, wir brauchen gelb. Und dann jumpe ich einfach hier runter. Ist easy peasy. Easy peasy. Oh, hier hinten ist ein Schatz, oder? Wahrscheinlich. Ich habe allerdings nicht die geringste Idee, wie ich hier an Gelb kommen soll. Einfach was im Prinzip. Okay, ein Gelb ist hier durch Abbau von Eisenerz. Das sind ja schon zwei, nicht wahr? Pfff. Geht ja rucki zucki. Hier ist ein bisschen Koks. Kohle. Aber keine... Kein gelbes. Hast du mir ein Gelbes gegeben? War da nicht ein Gelbes dabei? Okay, immer drei. Eins. Okay. Stunden später. Ich meine, Kohle brauchen wir ohnehin. Für die Brutzerei, wisst ihr? Von daher... Oh! Oh, Jesus Christ. Oh, der ist... Okay, das ist... Ein bisschen risky hier. Ja, sag bloß, du kannst nicht über zwei springen hier. Du, gib mir ein Gelbes. Yay, dankeschön. Gut. Der Trank ist ins... Nichts gefallen. Hab ich... Und kein Gelbes bekommen. Okay. Gut. Ich denke, wir sollten woanders Gelbes suchen und dann hier runter. Ist ja nicht so schwer zu finden. Schauen wir uns noch das Neue an hier, oder? Silberwehen. Das klingt süß. Klingt nach Schmerz. Und Schmerz ist süß. Süßes Schmerz. Oder? Neue ist auch. Weihnachts. Tanksbums. Okay. Das ist die gleiche. Okay, Seide auf jeden Fall. Eine Eisrose. Ein Rucksack ist voll mit Müll. Eisrose. Glaub ich, gibt Wasser oder so. Oh, wer ist denn hier? Typ, der Fell gibt. Der Kupongo wieder. Ich bin ausgewichen. Also. Theoretisch. Gefrorene Knochen. Der ist leichter als der Kleine. Größe ist nicht alles. Oh, da gibt es Grüne. Und was ist das? Ach, das ist Eisenerz, oder was? Das sieht hier so anders aus. Roher Frost zu 4. Okay. Nun gut, das ist ja... Ergibt Sinn. Nicht wahr? Warum hau ich das nieder? Einfach, weil ich eine Zerstörungswut habe? Das ist krank, ich weiß. Wo sehe ich überhaupt einen kritischen Schaden? Vielleicht mache ich hier gerade kritischen Schaden. Aber... Wow. Das ist nicht gut gerade. Grün, okay. Hier kriege ich nur grüne Fragmente. Okay. Naja, ich werde mich gar nicht beschweren. Nur grün. Ich kriege nur grün. Ich brauche grün. Ich brauche hier grün, right? Drei habe ich schon. Das ist echt viel. Yay. Naja, besser ist nichts. Ich war doch am Aus... Also ziemlich am Ausweichen. Ja, vielleicht habe ich eine andere Definition von Ausweichen. Das gebe ich zu. Leinenstoff. Dankeschön, Lörfer. Der hat mich tatsächlich erwischt. Ich flippe halt. Okay, der Kleine hier. Geht mir ziemlich auf die Nerven. Kupongo. Hat er mich erwischt? Ich flippe aus. Nur wenn ich ausflippe. Vier. Falls ich mal mein... Habe ich schon mal ein grünes Portal aktiviert? Naja, falls wir eins sehen. Sechs brauche ich. Wäre nicht von uns nicht, oder? Also sechs Dinger dabei haben. Das ist schon mal okay. Quasi. Starker Eiltrank und Seide. Schleifsteine. Ja, das ist alles wunderbar. Okay, hier gibt es diese... Achso, mein Rucksack ist voll. Das ist wieder ein anderer Heiltrank. Die Frage ist, brauche ich dann die hier? Sollte ich dann nicht lieber auf das hier setzen? Wisst ihr? Ich weiß, dass es dunkel ist. Braucht aber keine Angst zu haben, YouTube. Mächtige Saufereien. Okay, eine Statue? Nee, das geht so. Ich bin bereit für die Schätze. Jetzt noch weiter nach unten. Ich bin gewappnet. Und wir haben einen Stufenaufstieg. Yes! Boom! Und jetzt... Oh, erhöht... Okay, wir werden jetzt auswählen. Erhöht Stärke um 25%. Erhöht Intelligenz. Boom! Plus 14. Okay, yes. Das nächste gibt's. Ab Level 20. Das klingt nicht schlecht. Ah, yes. Das hat rein, oder? What? Hallo? Ach, die gelbe Zahl ist der kritische Treffer, oder? Habe ich da gerade so viel gemacht, dass... Ja, das müsste man jetzt ausrechnen. Hier, das ist 210, das war ein kritischer, oder? Whatever. Oh, fucken, das ist gut, danke schön. Nehm ich, nehm ich, nehm ich, nehm ich. Ich seh nämlich hier eh nix. Aber das war's hier. Na ja, man soll nicht undankbar sein, oder? Moment mal. Oh, ein Käfig? Ein BDSM-Käfig für zu Hause? Nehm ich mit? Kacka-Käfig. Ja, sicher. Für Besuche. For the ladies. Okay, sorry. Ich meine. Hier wird noch einer für zwei Ladies. Okay. Okay, irgendwo war noch ein anderer Weg, richtig? Ja, da unten werden Schleifsteine und getanzt. Oh, das war knapp. 666 Erfahrungspunkte, wenn das mal kein Zufall ist. War nicht noch ein anderer Weg, den ich gehen hätte können? Anscheinend hier. Hier war es. Ja, das macht mir gar nix. Also vielleicht ein bisschen. Nimm einen Schluck. Seide, ein bisschen Erz. Okay. Ein paar kleine Belohnungen. Dafür. Habe ich das aufgehoben? Okay, so weit, so gut. Portal haben wir hier noch nicht entdeckt. Right? Oder doch? Ich komme durcheinander. In den ganzen Portalen. War ich ganz oben? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Wollen wir nix. Okay. Okay, wir haben grüne. Vier grüne. Fünf. Okay, ein grünes noch. Dann haben wir auf jeden Fall genug um ein Portal, falls wir ein grünes brauchen. Hast du ein grünes für mich, Kumpel? Wie, ist das ein Witz? Jetzt gibt er mir... Okay. Also, wenn das keine Verschwörungstheorie ist, weiß ich auch nicht mehr weiter. Interesting. Naja, wir können doch immer das andere... Ne, wir können nicht das andere Portal machen, denn dazu brauche ich erst die Gelben wieder. Die Gelben. Okay, lass mich mal nach Hause. Home, sweet home. Stellen wir mal den Kerker auf. Stellen wir mal den Kerker auf. Stellen wir mal den Kerker auf. Kerker, Kerker, Kerker. Erstmal hier das Wichtige, okay? Sieben. Erstmal hier den Kerker. So. Okay. Ja, gut, dass ich den Kerker... Ich weiß. Getränke. 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 Okay, ich habe so viele Heiltränke. Ich sollte das mal irgendwie benutzen oder entweder... Verschleudern. Hier sind die komischen Blöcke. Die brauche ich für die Schleifsteine. So weit, so gut. Das brauche ich, um mich irgendwo rüber zu... ...transportieren. Knochen ohne Ende. Weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht. Wurde zu. Hauptsache, wir haben Sein- und Leinen-Staff. Okay, that's it. Wird abgelagert. Dann können wir weiter auf... ...und eine Kerker. Warten wir auf Besuch. Und... Was wir brauchen sind... ...Portale. Die nächsten Portale. Tetrotoxi. Okay, wir kommen von hier rüber... ...und hier rüber. Portale. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.